Nachdenkseiten Die kritische Website Heißer Herbst in Frankreich Streiks in Raffinerien sowie Atomkraftwerken Großdemo in Paris und Planungen für Generalstreik Ein Beitrag von Florian Warwick Zumindest in Frankreich zeichnet sich tatsächlich ein heißer oder je nach Perspektive eher kalter Herbst ab Seit Wochen werden große Teile der sogenannten kritischen Infrastruktur bestreikt Darunter sechs der acht Ölraffinerien des Landes sowie fünf Atomkraftwerke Die Regierung unter Macron setzt auf Repression und droht den Streikenden mit Räumung sowie Zwangsverpflichtung zur Arbeit Gewerkschaftsvertreter erklären im Gegenzug, dass der Élysée-Palast mit dem Feuer spiele Jetzt wird es knallen Der in Deutschland bisher nur postulierte sogenannte heiße Herbst hat in Frankreich längst begonnen Bereits Ende September legte ein erster Generalstreik die Bahn und fast alle Schulen und Kindergärten Frankreichs lahm Ebenfalls Ende September begann der bis jetzt anhaltende Streik Die Beschäftigten fordern unter anderem Lohnerhöhungen von 10% um zumindest die steigenden Inflationskosten ausgleichen zu können Gewerkschaftler und Oppositionspolitiker verweisen zudem auf die überdurchschnittlichen Gewinne der bestreikten Unternehmen So strich beispielsweise Total 2021 einen Gewinn von über 16 Milliarden Euro ein Und auch 2022 waren die Profite bislang überdurchschnittlich hoch Tendenz steigend Patrick Boinet, Chefmanager des Konzerns, erhöhte sein eigenes Gehalt in Folge gleich um 52% Von solchen Lohnsteigerungen können seine Mitarbeiter die Schwerstarbeit in den Raffinerien leisten und dabei ihre Gesundheit ruinieren, nur träumen Statistisch stirbt laut Angaben der Gewerkschaft CGT Ein Mechaniker in einer Erdölraffinerie durchschnittlich sieben Jahre früher als der Durchschnitt der französischen Bevölkerung Lionel Lerongeron, Vertreter der CGT Normandie und Mitglied im Vorstand Erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Regierung unter Macron mit dem Feuerspiele, wenn sie eine Notlage in der Wirtschaft vorgibt, die so nicht zutrifft Noch nie hätten die großen Konzerne Frankreichs so viele Profite eingefahren wie in diesem Jahr Gleichzeitig müssten aber viele hart arbeitende Menschen wegen der Inflation trotzdem am Ende des Monats am Essen sparen Lerongeron ist sich angesichts der angespannten Lage sicher, Zitat Jetzt wird es knallen, Zitat Ende Pariser Zentralregierung spricht von absolutem Notfall und droht mit Zwangsverpflichtung Die Auswirkungen des Streikes führen zu teilweise dramatischen Szenen Rund ein Drittel der Tankstellen, laut Berichten von France Info waren es mit Stand Donnerstag 31%, kann augenblicklich kein Benzin mehr verkaufen Dies führt zu kilometerlangen Schlangen vor den noch über Reserven verfügenden Tankstellen Doch selbst diese haben zumeist den Verkauf auf 30 Liter pro Auto begrenzt Die Zeitkorrespondentin Annika Jürres berichtet zudem von einem eindrücklichen Vorfall in Villiers-Lebel bei Paris Dort hat eine Gruppe von Männern Anfang der Woche eine Tankstelle von Total Energies besetzt und das Benzin kostenlos an diejenigen, die sie aus dem Viertel kannten, verteilt Alle anderen Autofahrer wurden vertrieben Präsident Macron spricht inzwischen von einer sehr angespannten Lage Sein Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sogar von einem absoluten Notfall In Folge wurde unter anderem ein Dekret erlassen, das Privatpersonen das Befüllen von Benzinkanistern verbietet Am Dienstag kündigte die Regierung unter Macron an, die betroffenen Raffinerien von den sogenannten Blockierern befreien zu wollen Die Streikenden sollten das Feld räumen, so Le Maire Für einen landesweiten Aufschrei der Empörung sorgte das Agieren der französischen Premierministerin Elisabeth Borne Der Frankreich-Experte Sebastian Zwaller erklärte gegenüber den Nachdenkseiten den Hintergrund des Aufruhrs Die Premierministerin habe diese Woche angeordnet, dass die Beschäftigten der Depots und Raffinerien des ExxonMobil Konzerns zur Arbeitsaufnahme gezwungen werden sollen Sie begründete das damit, dass Tarifverhandlungen in diesem Konzern zu einer Einigung zwischen der Konzernspitze und sogenannten rechtsreformistischen Gewerkschaften geführt hatten Diese Organisationen vertreten allerdings, so Zwaller weiter, nicht die Mehrheit der Beschäftigten in den bestreikten Produktionsstätten Er betont, Zitat Die Ankündigung Borns löste bei anderen Gewerkschaften wie der Sujeté und Force Ouvrière Wut und Empörung aus Das Streikrecht in Frankreich bleibt ein individuelles Grundrecht und ist nicht an feste Regeln gebunden wie in Deutschland Deshalb darf der Staat Beschäftigte auch nicht zur Arbeit zwingen Dieses Recht besitzt Paris nur in einigen als existenziell eingestuften öffentlichen Bereichen wie dem Gesundheitssystem Ölkonzerne gehören nicht dazu, Zitat Ende Abschließend verwies er im Gespräch mit den Nachdenkseiten noch darauf, dass die Drohung der Premierministerin nur für zwei der aktuell bestreikten Raffinerien von Bedeutung ist Da die übrig bestreikten Produktionsorte total gehören, wo aktuell ohnehin keine Bereitschaft der Konzernspitze für Gespräche bestehe Dort hätten die Streikenden auch betont, dass man Streiks und Blockade fortsetzen wolle Zudem drohe die Belegschaft einer weiteren, bisher noch nicht bestreikten Raffinerie damit, sich aus Solidarität den Protesten anzuschließen Sollte es zu staatlichen Aktionen gegen die Streikenden kommen Massendemo und Generalstreik geplant Da die Regierung am Donnerstagabend tatsächlich damit begonnen hat, zumindest eines der bestreikten Öldepots zu räumen Zudem hat die Gewerkschaft CGT erklärt Zudem haben angesichts der angespannten sozialen Lage linke Oppositionsparteien, Gewerkschaften und Vertreter der Zivilgesellschaft zu einer Großkundgebung am kommenden Sonntag, den 16. Oktober in Paris aufgerufen Hunderttausende Teilnehmer werden erwartet Das Motto der Demonstration wendet sich gegen die hohen Lebenshaltungskosten und fordert eine soziale Klimapolitik Le Penspartei Rassemble National unterstützt den harten Kurs der Macron-Regierung gegen die Streikenden und deren Forderungen Undenkbar in Deutschland Auch französische Grüne rufen zu Generalstreik gegen Macron auf Für deutsche Verhältnisse undenkbar ist der Aufruf der französischen Grünen zum Generalstreik So erklärt unter anderem Sandrine Rousseau, Abgeordnete von Europe Ecologie Les Verts, übersetzt Europa Ökologie die Grünen bereits vor der Ankündigung eines Generalstreikes durch Gewerkschaftsvertreter, dass sie hoffe, dass sich aus der Streikbewegung der Raffinerie Angestellten ein Generalstreik entwickle In einem Interview am 12. Oktober mit dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Radio France verkündete sie im Wort laut Zitat Zitat Ende Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Und dann können Sie auch bei uns abgeben, gerne unseren Kanal abonnieren und eine negative Bewertung für uns abgeben Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.